Ah, Liebling, die Seitenblicke sind da. Kommt weiter, die Chefin ist da. Hallo, ich freue mich über einen Besuch im Reich meiner Lieblingsstücke, die ich mir irgendwo eingetreten habe. Apropos eingetreten, Liebling, die Seitenblicke sind da. Ja, hallo. Ja, ich wohne an sich seit geraumer Zeit in Berlin, aber wenn ich in Wien bin, habe ich hier eine Zuflucht gefunden. Deswegen gibt es auch keine Lieblingsstücke hier. Oh ja, eines. Hanna, die Seitenblicke sind da. Ja, auch mein alter Fisch will ab und zu ein bisschen Wasser haben. Den habe ich schon so lang, da war ich noch kleiner als der Fisch. Komm, Schatzi, du kriegst ihn zwar. Liebling, die Seitenblicke sind da. Aha, ja, hier gibt es nichts zu sehen. Ich kann Ihnen noch etwas zeigen, die Ankleide meiner Frau. Ganz typisch, hier gibt es keinen Platz für einen Mann. Liebling, die Seitenblicke sind da. Ihr seid so viel unterwegs, ich habe euch einen kleinen Snack vorbereitet. Und sogar selbst, weil ja alle meine Restaurationen seit längerer Zeit zu sind. Aber wie immer vor der Sendung vorbereitet. Danke, dass ihr da wart. Alles Liebe. Danke. 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 Danke.